Hallo willkommen zurück hier bei Rollercoaster Tycoon World. Es ist noch kein Update erschienen und dafür werden wir weiter bauen. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir auch das Geld zusammen um den Park zu erweitern. Wenn du das Parkbewertungssymbol in der oberen Leiste klickst, erhältst du zusätzliche Informationen über die Vielfalt an Attraktionen, die Schönheit deines Parks, Besucherzufriedenheit und Qualität der Attraktion. Ja. Genau. Das ist meine Begrüßungsfanfare. Erweitere deinen Park auf zwei Flächen und das ist viel zu laut. Oh, ein wenig leiser machen. Ähm, warte mal kurz. Auf zwei Flächen. Das heißt, ich brauche noch eine Fläche, ne? Genau. Wie viel kostet das nochmal? 8.000. Mir fehlen 2.200. Und noch ein paar zerquetschte. Na gut. Können wir mal hier hinten weiter bauen. Was machen wir denn da? Genau diesen einen Turm da, ne? Ja, noch gar keinen Turm. Gibt's noch diesen einen, oder? Ja, dann mal los hier. So. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wenn wir den da hinbauen. Schön so schräg hin, genau. Ja. Noch ein bisschen. Jetzt. Jawoll. So ist schön. Okay, dann bauen wir hier mal einen Weg. 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 Boah, das ist so nervig mit dem scheiß Weg, ne? Das gibt's nicht. Was trägt der da rum? Was hat denn der da in der Hand? Was ist das? Ach, ein Psystier. Ich bin etwas müde. Dieser Tickel Riesen-Teddy-Bär von Roboter 1 ist erstaunlich preiswert. Hm. Und das alles nur bei mir. So. Ja, jetzt geht's. Komisch. Gut. Machen wir da auch mal ein Licht hin. Genau. Eröffnen. So. Haben wir das auch. Wir sind gruselig. Verrückter Drehwurm. Bin wir noch nicht sicher, ob wir das schon haben. Däh, 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 däh. Haben wir das schon? Nee, ne? Nee, haben wir noch gar nicht. Na dann, bauen. Ha! So. Hm. Bin heute wieder gut drauf. Hm. Wir kommen hier gleich daneben hin. Genau. Drehwurm, damals klingelingeling. Ich bin hier schocken. Hier hin. Und hier hin. Ah, das Ding geht hoch. Sehr schön. Die Spiegelung sieht ein bisschen komisch aus. Seht er das? Hä? Egal. Wir öffnen. Wer ist denn das? Ach so, der Mitarbeiter. Was ist denn mit dem los? Warte mal kurz. Ähm. Was steht da? Die sitzen wir dann erst in der Spitze, befällig und leben dann in freien Fall. Ach so. Free Fall Tower. Free Fall. Gucken wir nochmal, wie es aussieht. Ah, es dauert ein paar Sekunden, bis es runterrast. Ist denn echt auch so? Und los geht's. Genau. So soll es sein. So. Das nächste wird sein. Was wird das sein? Äh. Typhoon. Haben wir auch nicht, ne? Ne. Dann bauen wir noch den Typhoon. Der könnte hier so gut reinpassen, aber das Ding ist so. Das scheiß Hügel da. Irgendwas anderes vielleicht? Das da. Das ist der Superflug. Also erst recht nix. Tee-Tassen, das habe ich schon, ne? Ich meine, ich habe schon, dann habe ich es doch nicht. Ne, aber eben nicht. Okay. Bauen wir doch das mal. Oh, das passt schön hin. Passt wieder nicht wegen diesen scheiß Bäumen da. Scheiß Kakteen. So. Jetzt aber. Tee-Tassen, wo bist du? Da. Ne, es geht nicht, weil es so hoch ist. Das ist das. Ähm. Warte mal. Jetzt geht's nicht hoch. Ja, genau. Ich mache es gleich da oben hin. Bestimmt nicht. Ne, der lässt mich nicht. Was ist das für kack hier? Was war das? Ganz ruhig. Ganz ruhig da hinten. Ähm. Der Zirkus passt auch nicht hin. Ne. Wilde Flügel. Guck immer, ob ich das schon habe, weil ich habe keine Lust, da irgendwas doppelt zu haben. Nein. Okay. Ah, das passt. Okay. Dann drehen wir das erstmal. Dann machen wir das hoch. Ähm. So, oder was? Ja, das wird schon gehen. Zack. Gut. Dann machen wir hier. Hallo? Da. Machen wir hier gleich mal den Weg hin. Warteschlange. Jedes Mal ist der Scheiß da im Weg. Mann. Nicht weinen. Dann machen wir auch zwei öffnen. Und natürlich die Wege. Äh, nicht die Wege. Die, die Lichter. Natürlich geht's hier nicht. Ich verstehe es nicht. Lautsprecher. Wofür Lautsprecher? Lautsprecher? Nee. Das ist die nervige Musik. Das tue ich mir nicht an. Gottes Willen. Klar, da waren wir jetzt ganze Geduld an hier und raus. Nix. Nix. Märchenfassade gibt's hier noch. Zentralobjekte. Ah ja. Ist das gleiche wie bei Planet Coaster. Ein Besonderheiten. Ein antiker Brunnen. Dann machen wir hier rein, oder? Nee, nach oben. Hallo. Das lässt du mich nicht machen, sonst. Hä? Ähm, machen wir es da ein. Nee, warte mal. Sternbildplatz. Zukunftsglasplatz. Zukunftsmetalsplatz. Benutzergenerierte Inhalte. Ich will den scheiß Brunnen bauen. Ah, da hin, oder? Da hin, oder? Ja, komm. Mach hin. Mach hin. Nee. Das ist jetzt ein Weg oder so? Ah, das ist ein Weg. Okay. Verstehe. Warum geht das jetzt nicht? Hm? Oh. 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 wants to milk. Warum macht das da hinten? Nur dafür jetzt. Das will ich da rüber machen, aber das verlässt mich nicht. Nee, nee. Kann aber so. Und dann ringsherum schön dekorieren. Sieht schon cool aus, ne? Wieso stimmt der? Die Bank hinbauen. Ja, sowas war. Schön linksrum. Genau. So, dann noch überall Mülleimer. Und dann noch eine Lampe. Können wir das schöne Fackel hinmachen? Wo ist die Fackel? Wo ist die Fackel? Oh, hat er dabei freigestellt? Okay, dann machen wir mal eine goldene Laterne. Das sieht doch cool aus. Das sieht doch cool aus. Okay. Okay. Und daneben noch ein paar Blumen. blum, 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 blum. Machen wir ein schönes, warmes Blumenbeet. Und dann noch ein bisschen, blum, 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 blum. Und dann noch ein bisschen, blum, 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 blum. Was hat denn da Hand? Ich mag Süßigkeiten nicht. Ja. Ja. Dann fressen die Breze. So. Okay. Jetzt haben wir hier mal das auch gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Das langt nicht, das langt nicht. Sechs Dollar kostet hier schon der Eintritt. Was fahren denn die Leute hier? Ich hab keine Lust mehr auf dem, ich will aussteigen. Warum so wenig drin? Mach mal 5 Dollar. Kann man hier irgendwie so Marketing machen, oder wie das heißt? Doch da Kampagne, da muss doch. Kinder- und Familienattraktionen, Nervenkitzel, Achterbahn. Okay. Ein Monat. Kampagne Western. Dann machen wir das hier mal. Noch mal einen Monat. Okay. So, jetzt aber komm. Jetzt hab ich aber echt ganz schön viel, ne? Wusstest du, dass du einen da Lehm aufnehmen kannst? Hä? Hä? Wer zu gehen würde? Das geht aber nicht. Was? 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 Achso. Was? 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 Der Park hat sich schon echt gefüllt. Ich habe auch geschaut, dass überall Lampen stehen. Deswegen ist auch die Parkbewertung so hoch hier. Ich bin müde, bla 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 bla, Parkbetrieb, machen wir mal ein bisschen runter hier. Noch mal 4, nein, nicht zu machen, das ist wahnsinnig. So, ok. Und los geht die wilde Fahrt. Also man merkt schon, das läuft noch nicht so richtig flüssig. Das dauert noch. Na gut. Also wir haben jetzt echt gut bauen können. Also muss ich mal sagen. Und das Geld geht auch zurück. Jetzt gucken wir nochmal Gewinn, Einnahmen, Ausgaben. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, das mit dem Marketing hat es gefluchtet jetzt ein bisschen. Schauen wir mal, ob bei der Achterbahn jetzt mehr los ist. Oh ja. Viel mehr. Ist erstaunlich preiswert. Machen wir da auf 6 drauf. 6 Euro. Gut. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt das Schluss. Und sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann werden wir mal gucken, ob wir dann vielleicht den Park erweitern können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.